Leadership, New Work und Kulturwandel sind für Sie nicht nur Forschungsthemen. Sie mischt sich mit Ihren Vorträgen in aktuelle Debatten ein. Heike Bruch. Als die Pandemie ausbrach, erhob sie ihre Stimme. Wir brauchen keine Kapitäne auf der Brücke, sondern mit Shared Leadership kommen wir besser durch die Krise. Diese Botschaft an das Management stützte die Professoren der Universität St. Gallen auf ihre Forschungsarbeiten, die als exzellent gelten. Für das Personalmagazin gehört Heike Bruch zu den 40 führenden HR-Köpfen.